Willkommen auf Nos Terra Forts. Ich zeig euch mal, was da so hoch gemacht wird. Ja, es ist ein Flugzeug. Ich glaube, der wird es jetzt durch. Ich glaube, es sind so die 10.000, die auch noch ein scheiß Tempelhofer für den Zeug sind. So, damit Grüße von mir, Grüße von Lars. Grüße von Lars am Arsch.